Wie zurück in Form zu bringen Es ist schon eine lange Zeit seit dem letzten Mal gearbeitet. Und jetzt sind Sie aus der Form. Lesen Sie Wissen, wie man wieder in Form zu bringen. Starten Sie nach und nach. Hetzen Sie nicht. Konsultieren Sie einen Arzt, Ihrem aktuellen Körperzustand zu kennen, vor allem nach nicht für eine lange Zeit Arbeit aus, zusätzliches Gewicht oder im Falle von Krankheit Krankheit. Kaufen Sie neue Sachen. Kaufen Sie neue Schuhe und bequeme Trainingskleidung. Zögern Sie nicht, eine Investition auf der Trainingskleidung zu machen, wie es Euch geben wird, die Motivation zu arbeiten, und sie verwenden. Und bedenken Sie mit einem Freund ausarbeitet, jemanden zu haben, wem sind Sie auf einer regelmäßigen Basis verantwortlich. Gehen Sie für einen Spaß zu haben. Stellen Sie kurzfristige, erreichbare Ziele in einem konsistenten Trainingsplan, und wählen Sie eine Übung oder Aktivität, die Sie tun. Beginnen Sie mit Licht, kurze Routinen wie ein Spaziergang oder Joggen drei Tage pro Woche oder vielleicht Radfahren. Halten Sie eine Aufzeichnung. Nehmen Sie jede Ihrer Trainingseinheiten online oder in einem Notebook, wird dies dazu beitragen bei der Verfolgung Sie Fortschritte. Sobald wieder gut bewegen, beginnen allmählich die Arbeit an Ihrem Kraft in den Muskelgruppen. Nehmen Sie auch Fotos von sich selbst in regelmäßigen Abständen, um Ihre Fortschritte zu dokumentieren. Arbeiten im Hinblick auf eine Routine aufzubauen. In Ihrem Kardiotraining Routine, ob gehen, laufen, käden oder schwimmen. Spielen Sport, Basketball, Fußball, Fußball und so weiter, hilft es, volle Training zu geben. Erstellen Sie einen neuen gesunden Lebensstil und nachstellen Ziele ständig, wie sie zu verbessern. Belohnen Sie sich selbst. Jedes Mal, wenn Sie bei der Verwaltung Ihrer kleinen oder langfristigen Ziele Sie sich von gesunden Snack belohnen zu erreichen oder einen freien Tag oder Tage auszuziehen gelegentlich, wenn Sie erschöpft fühlen Verletzungen zu vermeiden. Join Klassen Registriert Fitnessstudio oder eine Übung, es wird Ihnen helfen in Form zu bleiben, wie eine Gewohnheit. Bevor Sie es kennen, werden Sie wahrscheinlich die beste Stelle in der Stadt. Tipps Vermeiden Sie Junkfood so viel wie möglich. Holen Sie sich Ihre Ernährung in Form von in einer Vielzahl von frischen Früchten Zugabe und Gemüse, mageres Eiweiß und Vollkornbrot und Nudeln. Überwachen Sie Ihre Nahrungsaufnahme Energie und Gesundheit zu bauen.